In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Erwartungswert von Glücksspieler berechnen kann bzw. welche mögliche Fragestellungen in diesem Zusammenhang entstehen können. Das Tutorial ist von Niveau her an die Abiturprüfung angepasst. In erster Reihe müssen wir verstehen, welche Bedeutung dieser Erwartungswert hat. Der Erwartungswert ist sehr einfach formuliert, einfach ein Maß, um zu entscheiden, ob ein Spiel günstig oder ungünstig ist. Oder anders formuliert, auf lange Sicht ist der durchschnittliche Gewinn oder Verlust pro Spiel. Kurz gesagt, wenn uns jemand ein Glücksspiel vorschlägt, dann wollen wir von vornherein wissen, ob sich dieser Spiel auf lange Sicht für uns lohnt oder nicht lohnt. Um diese Entscheidung richtig zu treffen, muss man praktisch für dieses Spiel den Erwartungswert ausrechnen. Man kann diesen Erwartungswert immer auf zwei verschiedene Perspektiven ausrechnen. Entweder aus der Sicht des Spielers oder aus der Sicht des Gegenspielers oder Spielveranstalters. Bei den meisten Aufgaben ist es allerdings günstiger, wenn man diesen Erwartungswert immer aus der Sicht des Spielers berechnet. Wir haben vorher erwähnt, dass der Erwartungswert auf lange Sicht immer der durchschnittliche Gewinn oder Verlust ist. Also im Prinzip ein Glücksspiel muss sich bei dem Erwartungswert um einen Geldbetrag handeln. Natürlich kann man auch um Gummibärchen spielen, aber die meisten Aufgabenstellen setzen voraus, dass es um irgendwelche Geldbeträge geht. Also aus der Sicht des Spielers kann dieser Erwartungswert drei verschiedene Werte annehmen. Hier an dieser Stelle wird der Erwartungswert mit E von X abgekürzt, aber es gibt natürlich noch andere Notationen wie das griechische M, also das Mu. Das ist egal, es handelt sich um den gleichen Erwartungswert. Also aus der Sicht des Spielers kann der Erwartungswert entweder positiv, null oder negativ sein. Weil es sich um einen Geldbetrag dabei handelt, natürlich wenn dieser Geldbetrag positiv ist, ist das Spiel für den Spieler günstig. Wenn es null ist, nennt man das ein fairer Spiel. Das bedeutet auf lange Sicht gewinnt oder verliert keiner dieser Parteien, also kein Spieler und kein Gegenspieler. Und natürlich, wenn dieser Geldbetrag negativ ist, dann ist das Spiel für den Spieler ungünstig. Mit Absicht werde ich jetzt an dieser Stelle keine Formel für den Erwartungswert zeigen. Wir werden uns gleich anhand einer Aufgabenstellung versuchen, die Formel zusammenzureiben. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen leichter, dann zu verstehen, was da in Wirklichkeit passiert. Und hier ist schon unsere Beispielaufgabe. Ich lese kurz vor, bei einem Glücksspiel wird das nebenstehende Glücksrad einmal gedreht. Als Einsatz bezahlt man 3 Euro. Man erhält den Betrag ausbezahlt, in dessen Sektor der Zeiger zu stehen kommt. Fragestellung, berechnen Sie den Erwartungswert für den Gewinn und entscheiden Sie, ob das Spiel fair ist. Für den Fall, dass das zu schnell ging, drückt bitte auf Pause, liest euch die Aufgabenstellung in Ruhe durch und macht euch auch vertraut mit dem nebenstehenden Glücksrad. Ich gehe davon aus, dass jetzt jeder die Aufgabenstellung in Ruhe durchgelesen und verstanden hat. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam das abgebildete Glücksrad. Also unser Rad besteht aus 3 Sektoren. Wir haben einmal ein 8 Euro Sektor, das einen Winkel von 90 Grad hat. Und 2 andere Sektoren mit 4 und 0 Euro, das gleich große Öffnungswinkel haben. Um diesen Erwartungswert leichter zu bestimmen, sollte man eine sogenannte Übersichtstabelle aufstellen. Diese Tabelle besteht grundsätzlich aus 3 Zeilen, wobei nur die letzten 2 Zeilen, also Gewinn und hier abgekürzte Wahrscheinlichkeit, eine Rolle für die Berechnung spielen. Die erste Zeile ist nur eine Übersichtszeile und da kann man normalerweise eintragen, damit man nicht durcheinander kommt, die Ereignisse, die bei diesem Spiel auftreten. In diesem Fall haben wir einmal diesen Auszahlungsbetrag von 8 Euro, dann noch einen für 4 Euro und als letztes 0 Euro. Bei dem Gewinn muss man ein bisschen aufpassen. Gewinn bedeutet immer Auszahlung minus Einsatz. Also das bedeutet, obwohl wir 8 Euro ausbezahlt bekommen bei diesem roten Feld, haben wir im Voraus bereits 3 Euro Spieleinsatz bezahlt. Das bedeutet, unser reiner Gewinn beträgt an dieser Stelle nur 5 Euro. Genauso ist es auch bei dem nächsten Feld, da gewinnen wir eigentlich nur 1 Euro. Beim letzten Feld verlieren wir unser Spieleinsatz, die 3 Euro. In der letzten Zeile müssen wir dann nur noch die passenden Wahrscheinlichkeiten für diese Ergebnisse eintragen. Bei dem 8 Euro Feld ist es relativ einfach. Wir haben hier für diesen Sektor einen Öffnungswinkel von 90 Grad. Und wir erinnern uns, die Gesamtgröße von dem Kreis beträgt 360 Grad. Also wir rechnen einfach 90 durch 360 und das sind natürlich 1 Viertel. Für die anderen zwei Felder gilt, dass sie gleich große Öffnungswinkel haben. Deswegen könnten wir erstmal von 360 die 90 Grad hier für den roten Feld abziehen. Dann sind wir bei 270 Grad. Und wenn wir das Ganze nochmal durch 2 teilen, dann haben wir jeweils eine Winkelgröße von 135 Grad. Damit können wir problemlos die passende Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Also wir rechnen dann einfach 135 geteilt durch 360 und das sind entsprechend gekürzt oder im Taschenrechner eingetippt 3 Achtel. Also die passenden Wahrscheinlichkeiten für die anderen zwei Felder betragen dann jeweils 3 Achtel. Und jetzt wäre der richtige Moment, um euch zu verraten, wie die Formel für den Erwartungswert lautet. Und zwar, Erwartungswert ist immer der Gewinn mal die Wahrscheinlichkeit. Anhand unserer Tabelle können wir sehr leicht nachvollziehen, dass es mehrere Gewinne und Wahrscheinlichkeiten gibt. Deshalb müssen wir natürlich entsprechend alles zusammenzählen. Also ich schreibe hier unten E von X. Anhand der ersten Spalte, erster Gewinn und erste Wahrscheinlichkeit, haben wir dann 5 mal 1 Viertel. Plus die zweite Spalte, 1 mal 3 Achtel. Und minus 3 mal 3 Achtel. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann kriegen wir aus 0,5. Also, 0,5 ist unser Erwartungswert für dieses Spiel und das sind natürlich 0,5 Euro. Um die Aufgabenstellung zu beantworten, es war ja die erste Fragestellung, war berechnen Sie den Erwartungswert, haben wir gemacht. Und zweitens war noch verlangt zu entscheiden, ob das Spiel fair ist. Unsere Antwort ist natürlich nein, das Spiel ist nicht fair, es müsste für den Erwartungswert 0 rauskommen. Aber es ist günstig für den Spieler. Als nächstes wollen wir unser Spieleinsatz so verändern, dass das Spiel fair ist. Kurz gesagt, wie groß müsste der Einsatz sein, damit das Spiel fair ist? Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Man muss sich kurz in die Lage des Spielveranstalters setzen. Also, im Moment verliert er pro Spiel 0,5 Euro oder 50 Cent bei einem Einsatz von 3 Euro. Wie kann er das natürlich sehr einfach ausgleichen? Indem er einfach diesen Verlust zu seinem Spieleinsatz addiert. Also, das bedeutet, zu dem 3 Euro, was er bereits viel Spieleinsatz verlangt, addiert er einfach dieser 50 Cent und damit haben wir schon den neuen Spieleinsatz von 3,50 Euro. So einfach ist es, wenn man nur Veränderungen an den Einsatz vornehmen muss. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man ein Spiel fair machen könnte. Eine davon ist zum Beispiel die höchste Auszahlung zu verändern. Also, anhand unserer Rat. Wir hatten beim roten Feld die 8 Euro und das war unsere höchste Auszahlung. Jetzt soll diese Auszahlung so verändert werden, dass das Spiel fair ist. Deshalb habe ich hier an dieser Stelle für die Auszahlung im Parameter A ausgewählt. Und wenn wir uns die Tabelle von vorher vorstellen, ich habe sie nochmal hier abgebildet, das Einzige, was sich ändert, ist eigentlich für die Rechnung der Gewinn in der ersten Spalte. Also, wir haben jetzt nicht mehr an dieser Stelle 5 Euro, also 8 minus 3 Euro, sondern wir haben die Auszahlung A minus die 3 Euro Spieleinsatz. Das ist unser neuer allgemeiner Gewinn. Aber das stört uns nicht weiter wirklich, weil wir können immer noch eine Formel für den Erwartungswert aufstellen und wir wissen, durch die Tatsache, dass das Spiel fair sein sollte, muss dieser Erwartungswert am Ende 0 sein. Kurz gesagt, ich stelle jetzt die Gleichung auf. A minus 3 mal 1 Viertel plus 1 mal 3 Achtel minus 3 mal 3 Achtel sind gleich 0. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, an dieser Stelle, ist diese Gleichung nach A aufzulösen. Also, wir fassen erstmal das hier zusammen. Das hier ergibt zusammengefasst 3 Viertel und bzw. minus 3 Viertel und die bringen wir mit Plus auf der anderen Seite. Also, plus 3 Viertel, dann bleiben auf der linken Seite übrig A minus 3 mal 1 Viertel sind dann 3 Viertel. Als nächstes muss diese 1 Viertel verschwinden. Das kriegen wir hin, indem wir einfach mit 4 durchmultiplizieren oder geteilt durch 1 Viertel rechnen. Dann haben wir nur noch A minus 3 sind gleich 3 und dann am Ende noch Plus 3, also A wäre 6. Und das ist unser neuer Auszahlungsbetrag, sodass das Spiel fair ist. Eine letzte wichtige Möglichkeit, das Spiel fair zu machen, ist natürlich auch die Größe einiger dieser Felder zu verändern. Deshalb die Fragestellung, wie könnte man die Größe der 0 und 4 Euro Feldern verändern, damit das Spiel fair wird. Na ja, anhand unserer Artis können wir uns vorstellen, dass wir hier für diese zwei Felder die Größe verändern werden. Dadurch wird sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung verändern. Also, wir wissen jetzt nicht mehr, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir auf diesem 0 Euro Feld landen. Deshalb bezeichnen wir es allgemein mit P. Das rote Feld bleibt gleich groß mit 90 Grad. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für das rote Feld wird sich gar nicht ändern, bleibt bei 1 Viertel. Und für das gelbe Feld können wir die Wahrscheinlichkeit im Abhängigkeit von den anderen zwei Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Also, von 1 oder von 100 Prozent ziehen wir einmal dieser 1 Viertel ab und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit für das blaue Feld, also P. Zusammengefasst ist das nichts anderes als 3 Viertel minus P. Wenn wir das Ganze jetzt auf unsere Wahrscheinlichkeitstabelle von vorher beziehen, dann wird sich bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung hier ein bisschen was verändern. Bei dem 8 Euro Feld bleibt es natürlich bei dieser 1 Viertel. Beim 0 Euro Feld war P und entsprechend beim 4 Euro Feld dann 3 Viertel minus P. Damit können wir, so wie vorher, erneut eine gleiche Unabhängigkeit von P aufstellen, wobei der Erwartungswert wieder 0 sein muss. Also, 5 mal 1 Viertel plus 1 mal 3 Viertel minus P minus 3P sind 0. Und jetzt lösen wir wieder nach P auf. 5 mal 1 Viertel sind nichts anderes als 1,25. Wenn wir hier die Klammer auflösen, dann haben wir einmal 3 Viertel oder 0,75 minus 1P minus 3P sind 0. Dann 1,25 plus 0,75 sind natürlich 2. Und diese 2 können wir rüberbringen mit minus 2. Entsprechend haben wir dann hier minus 4P sind gleich minus 2 geteilt durch minus 4. Damit ist P 0,5. Schlussfolgernd können wir dann sagen, dass die Größe von diesem Feld die Hälfte von Kreis annimmt. Also, der Öffnungswinkel wäre dann bei 180 Grad für dieses 0 Euro Feld. Und der Öffnungswinkel für das 4 Euro Feld wäre dann entsprechend bei 90 Grad. Also, so könnte man auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung verändern oder die Größe der Felder. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Für den Fall, dass ihr eure Wissen bezüglich dieses Themas vertiefen oder erweitern wollt, und es gibt noch andere Themengebiete, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel der Erwartungswert der Binomialverteilung. Wäre ein wichtiges Thema, auch für die Abiturprüfung. Dann natürlich gibt es noch viele Grundlagen, die damit zusammenhängen. Tutorials über Baumdiagramme, Fahrtregelungen, Gegenereignisse. Die braucht man immer wieder, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung bei diesen Aufgaben zu bestimmen. Und nicht zuletzt kann der Erwartungswert auch im Zusammenhang mit der Standardabweichung oder Varianz auftreten. Tutorials für alle dieser Themen findet ihr im Abspann.